jo leute was geht willkommen zurück bei diablo und mit dabei sind unsere allgemein verdächtigen sagt hallo hallo das ist schön da woanders das blut von rudolf ja um rudolf aufzuwecken geil er trinkt sein kaffee nur mit blut was rudolf oder ich ja was mein kaffee geile mitten rein junge er braucht schon eine gruppe ich bin charlie junge ich bin charlie und die nackten räuber alter keine ahnung aber die bin ich truhe geil schreien schreien rein rein erst im weg man weil ich musste mich sowieso vom schaden einhören ich meine du bist ein kack zauberer ja alter nervt mich doch nicht junge was sind wohl ja hier kommen auf felswurm von eierbooten cool geil da 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 Ich hab's. Batman! Er hat's. Also, die zweite Ebene. Cool. Hab ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ja, sorry. Alles klar. Ach du Kack-Spiel, der geht doch weg. Rein! Oh Leute, hallo. Hallo! Hey! Nobody get time for that. Nobody get time for that. Nobody get time for that. Oh, das blieb ich mir nachher nochmal geben, Alter. Alter, dein Strahl. Was ist denn hier los? Jenny, liebevoll, Tino. Ruhe! Sehr liebevoll, ey. Yo. Domme, wo hast du uns wieder hingeschickt? Echt? You sent that for your charge? Ich hoff, immer rein, Junge. Äh? Fein. Cool. Nice. Flut. Abbe. Nehmen wir die doch hier mit, Alter! Dann ist's gut, Junge. Zack, zack. Ich bin hier schief, das soll ich mir den trostlosen Sanden. Alter. Au, 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 au. Gott. Oh. Verdammend. Wie gut, dass wir den Eingang schon gefunden haben, ne? Yes, sir. Nobody. Meine Archive befinden sich am Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meine Kabel und den schwarzen Seelenstein finden. Oh, boy. Do Trouble euch fien. I saw, oh. Da, da, da. Da, da, da. Oha. Eingang. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Bleue. Lasst mich das Portal aktivieren. Und rein, hier. Da, da, da. Boah, es ist sehr heimisch. als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen kann ich habe schon sehr fremd tiefen öffnen erst mal rechts und ich glaube ich ja ich habe das können wir tun ich glaube dass dieses muss einem auch gesagt ich habe es genau gesehen geil alles klar der karakter hatten lappen und ist ziemlich ausgelutscht alter ausgelutscht wie deine möse ich meine die mir sagen aber ist okay kommt der prinzip heraus und einfach irgendwas dazu sagen geil komplett hier ist übrigens immer noch ein elitärer leute ich habe zum portal zurück komm her, hier ist ein shopgoblin, ein elitärer shopgoblin ja was gelb komm her da oh mein gott ich laufe ich erwarte ich jedes mal die goblin 99% oh ich habe leute geweckt oh gott hallo oh gott oh gott oh gott meine hiebe vernichten euch meine hiebe vernichten euch ein bürgeres Opfer hoppla jetzt rein was ist denn los mit dem so lange was ist denn da puh gelb jetzt zu drum unnölig ich fühl schon egal kaputt wow oh oh du wolltest du nicht lesen ja 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 jetzt ich keine chance was das ist ist grad schon wieder gestorben ja ich bin hier rüber geflasht und da waren so suizidale Fettsäcke auch also was der Witze daran ist bist du gestorben jo krass haa 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 alles klar ihr frisst den dezibelstrahl hoch die tassen ab ihr nassen hochgeflossen diese polen immer nix einer von ihr wartet auf keinen fall die pfp auto text und ich nicht weiter wir sind uns doch alle einig dass das ende aller zeiten gekommen nämlich diese vorfälle geplant haben könnten ja wenn ihr etwas zu sagen zurück der termin auf die andere seite wir gehen jetzt nach schattel schloss der fremden tiefen geöffnet ich bin sicher dass sie wiederholt werden ob ich die scheiße nicht wiederholt verbessert mein seelenstein soll geschaffen werden um die seelen vieler dämonen zu enthalten vielleicht sogar die von engeln was will er mit engel und engelsseelen fang was hat er für ein fetisch ist gar rein den fetisch habe ich mann das gemo die machen ein bisschen schaden aber nice gemo ja mann 52 so doch ziemlich erleuchtet uns der lebt immer noch die 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 So, so good, KFC, Alter. Alles klar, neue Rune, ihr könnt nicht vorbei. Du, you shall not pass. Der Feuerball fliegt irgendwo da vorbei. Er macht die keinen Aufmarschhand. Ach, der macht so Dings. Also er macht's auch wenn er explodiert, aber das ist ziemlich hart. Huuu, ballert. Hauptsächlich, was er macht, ist diese Spur aus Feuer. Du bist immer die Kacke mit der Roten. Ruhe! Hm, nice. Was ist denn mit... Hm, vielleicht hier oben, aber... Vielleicht hier oben. Alter, was ist denn los, Mensch? Verrägt am Dezibelstrahl, Alter. Verkasse. Da, 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 da. Oh, jo, militärisch. Oh, jo, militärisch. Oh, jo, jungen. Gimbo-Pol. Jawoll. Da kommt der Schaden durch. No, nein. Oh, kack 4. Jo, und weg mit euch. Du. Jenseits. Tue. Nimm mich. It's a trap. Oh mein Gott. Meine Loot-Sucht wird... ...gestraft, glaub ich. Tue. Noch eine. Ich kann nicht aufhören. Scheiße. Ich bin ganz sicher, ob ich jetzt so und cool als böse, dass gut einstuft soll, dass man ein bisschen verkackt hat. Das ist so ein Zwischending. Du versorgst doch cool als übel Spacko ein. Das ist sowieso, aber ich weiß nicht. Ich finde, dass seine Ansätze finde ich eigentlich nicht verkehrt. Nur die Art und Weise, wie es durchsetzt. Das ist halt immer so ein bisschen... Ja. Bisschen... Ja, fragwürdig halt. Doch. So. Alles klar. Bevor wir reingehen, muss ich mal kurz mental leeren, ey. Äh... Das ziehe ich an. Ja. Padaaa. So. Padaaaam. 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 Ja, ich geh einmal zurück. Ich muss zurückkehren. Tatsache. Äh, Tatsache. Doch, doch. Ja, ja. Oh. Mhm. Neue Waren. Sehen Sie euch an. Die mit ihren neuen Waren aus. So. Oh. Ich hab grad Färbemittel, ey. Muss schon mal ein... Sein. Wer wirft denn die ganze Zeit die Markenlos quadratischen Dinger weg? Romme. Ah, die Markenlos. Sehr gut. Wenn er nicht genug hat. Ich verarbeite die trotzdem immer weiter. For use. Geht. Kein Händler für Färbemittel, das ist halt schon ein bisschen lame irgendwie. Geht. Ja, das gibt ja immer wie klarer. Diese Brands. Ja, das gibt ja immer wie klarer. Diese Brands. Ja. Ja. Ich riss mir mal Scorn aus, ne? Alles klar. 23.000 Damage. Kann man machen. Ja, man. Schön Scorn, Junge. Der läuft leider. Ich muss eben noch... Ja, komm her. Ich muss eben noch Intelligenz drauf craften. Intelligenz? Loll. Auf Scorn? Geht gar nicht. Achso, wenn du verzauberst schon, ja. Aber... Fältchen Legendary rausgeschmissen. Welcher Assi. Oh. 99.000 Damage. Easy. Ist ja soweit, Jungs. Fuck. Moment. Moment. Okay. Okay. Die Hohe Rater haben all das getan, um meinen Körper fortzuschließen. Sie müssen sehr weitend auf mich gewesen sein. Die Hohe Rater haben gar keinen Bock auf dich. So cool. Sie wussten von euren Plänen. Das kann ich nicht. Niemand mag dich. Sie waren immer als besonders fantasievoll. Oh, wo bist du? Ja, wo man dich braucht. Alle. Mit dem Getümmel. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Ja. 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 keine Keule. Guck dir meine Keule an. Zeige. Tschüss, Alter. Was ne Glocke. Geil. Egal. übel, übeler Teil, Alter. Nice, nice, nice. Musset. Oh. Ah. Ah, wow, wow. Jetzt das Spirite. Komm, moin. Dicke Rüstung und dann dicke Waffe. Ist doch klar, Alter. der Nomad jetzt auch 26.000 schaden endlich mal ein bisschen was ich habe ich habe vorhin von meinem wittstock da hatte ich so viele barbaren sachen und dachte ich würde eh kein barbar zocken oh nein rip oh du bist so ein hannes ich dachte mir eh nicht weißt du weil warum sollte ich hab ja meinen wittstock oder so niemand hält mich zurück dann hast du gehört keiner oh lol was geht denn hier preis hallo ja für dich Dominik doch noch für dich ja rip Dominik ist jetzt alle ich jetzt carry ja Dominik hat an sich kein carry potenzial aber ja dafür kriege ich jetzt für die nächsten zehn jahre wahrscheinlich kein loot mehr dann habt ihr mich wieder verdoppelt oder verdreifacht überholt vom damage her verdient oh jo zack 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 alles was wir an chan machen oh wieder abschillen oh oh Volkatos lächelt auf mich herab gott hast du dich immer noch ja anscheinend immer kriege ich die ganzen counterpicks vor die Nase gestallt mit recht du musst doch noch zeigen was du carrying kannst ja aber es folgt dich halt von einem spiel ins andere weißt du du bist doch einfach bad jung kack sackersen schick dich ruden sackersen fessig so wie schön ich was wüsste ja alles ja so hallo sackersen und das ist einer hehehe 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 dafür sterbt ihr geister geister geistbrot 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 aufgeladen da irgendwas körper das solltun lappen mal da das gar nicht verstehe nehmann 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 ich sag du machst schaden mach ich ja wo oh triffst du auch oder was ja ja dann machst du keinen schaden mach mal schaden danke wir sind enttäuscht von deiner leistin wir sind enttäuscht von deiner leistin die alle abschirmt alter mein schwanz ist abschirmt junge ich versuche ihn zu ignorieren aber sein geschwätz ist unerschöpflich es macht ihm spaß mich zu verhöhnen ich habe kuls körper dann werde ich mit dem ritual beginnen aber ich warne euch cool wagt es ja nicht uns in den rücken zu fallen ah ah wird er bestimmt nicht tun warum sollte er ihr seid von verrat umgeben mädchen ich bin die geringste eurer sorgen Alter wir sind voll die reden so alle konzentriert euch Lea gleich gleich nur noch ein bisschen guck mal das Kampion ich glaube er kommt gleich nur einen moment noch fast ja er ist gekommen er hat auf Lea gecoilt der sagt Höhepunkt dafür müssen wir ihn jetzt umpölen mein Blut rauscht wieder durch meine Adern die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen alles klar ich lebe ich lebe die abmachung gilt schnell in mein Sanktum ich lacht ja ja natürlich alles klar naja dann sehen wir in der nächsten Folge wie es im Sanktum von dem kommenden Typ wieder so aussieht habt ihr Freude dran freut euch drauf bestimmt eklig ab geht solltun Kevin alles klar Kevin ergevin jo let's go out Leute haut da rein viel spaß noch g wird sehr ganz